Finale, Gentlemen, startet am Gate mit der Nr. 30, Lutonello Fabianz bei Paola Littau. Mit dem 260, nicht mehr so ein bisschen, wäre schon, Jäger Christian Prudanz. Mit der 52, Förster Rere Renes bei Paola Littau. Mit der 32, Geser Hans-Peters bei Paola Littau. Mit der 44, Weiss-Brunoise bei Paola Littau. Mit der Nr. 4, sein erstes Finale seit über 10 Jahren, mit der Thomas Graberke. Mit der Nr. 58, Brücke-Marz bei Paola Littau. Und last but not least, mit der 266, Ducco Kelly-Brunen. Und auch hier sind gestartet, alle Fotografen in der... Joi, oi, 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 oi. Oh, der 30er ist zum Boden gegangen. Aber Paola ist genial absolviert mit dem 30er. Der Lutonauer Fabianow, aber in Führung haben wir den Napsbal. Und das ist der Vierer, Minder Thomas ist auf dem Weg zum Podest. Ich habe es heute Morgen versprochen, aber nicht gerade, dass er erst macht. Finde ich eine ganz geile Sache an zweiter Position, Jäger. Jäger könnte noch die Zuppe versetzen. Ich komme hier mit Jäger, ich glaube der Minderkater 32. Der Geser hat den Laufsieg für den Minder, ich glaube es nicht. Aber er hat es verdient. Er hat es ein halbes Jahr. Brotant, er hat den Tag eingeschafft. Er ist noch krank geworden Anfangswoche, weil er es mit den Erben bekommen hat. Aber er hat sich gewohnt. Und Thomas, Gratuation!